Ich muss Panik haben, man. Das wird zweimal angeschossen, aber richtig heftig. Komm, wir spielen T-T-T, das tut meinen Gegnern weh. Wir spielen Trouble in Terrorist Town. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Matcha. Wo ist denn der genau? Da hinten, glaube ich. Nee, nee, im ersten Stock. Im ersten Stock. Hä? Okay. Ah, hier. Trader kannst du was auslösen. Guck mal, jetzt stehen die hier. Ja, echt? Weiß ich nicht, ich bin ja keiner. Aber wenn der ehemals Trader ist, der kann hier was auslösen, glaube ich. Boah, der könnte einfach nicht die hat zünden. Könnt ihr natürlich tun. In der Tat. Wieso kann man eigentlich nicht aufs Spielfeld springen? Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht. Das ist... Really strange. Das wäre Betrug. Wieso ist das Betrug? Weiß ich nicht. Hallo. Hey. Hast du jetzt meine... Warte, wie das aussehen im Spiegel sieht doch voll cool aus. Oh ja, oh. Ich habe ja gar keine Waffen gehabt, oder? Doch. Doch, du hast den Tiegelnat. Was machst du da draußen? Nix, nix, nix. Soll ich wieder weggehen? Hey! Oh, sorry! Hey, ich wollte nur... Ich wollte nur... Nein, nein, nein. Er hat mich... Er hat mir ein halbes Leben abgezogen. Ja, der hat mich vorhin auch schon einfach angeschossen. Da war der sehr schießmütig. Soll ich ihn ja schießen, ne? Ich wollte... Ich wollte... Nein, weiß ich nicht. Ich schieße zurück. Jetzt hast du... Ja, wow. Hier war eine Kugel. Hier auch. Okay, dann spere ich dich weiter ein. Junge. Was machst du da draußen? Was ist das? Alter, ich... Kein Bock mehr auf den... Hey. Alles klar? Dich, was ist los? Ich gehe lieber weg, denn es ist mir zu gefährlich. Mir auch. Er macht mir Angst. Oh, Mann. Oh, Herrlich. Oh, Gott. Ich wollte eigentlich zweimal an dir vorbeischießen, aber... Ja, 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 ja. Was für Ausreden. Leider den Kopf nicht getroffen, ne? Leider den Kopf nicht getroffen. Wie viel AP hast du noch? Zwölf. Das lacht mir hinterher, was ist los mit dem? Alter, wuh, Herrlich. Geh weg, geh weg. Geh weg. Ja. Er macht mir scheiß Panik. Ja, ja, scheiß Panik bei ihm, Alter. Komm jetzt. Ich hau dich weg. Nein, ich muss lang. Ach, echt? Merkt man gar nicht. Hey, du weicher, geh nicht rein. Ah, ich kann nicht mehr. Oh, Mann. Ich finde dich. Oh, Mann. Das Klavier spielt wieder. Wer hat er geschossen? Ich? Er lebt. Okay, okay. Ich dachte schon, du hättest ihn jetzt voll ungeklagt. Okay. Puh. Ich schobst mich erst mal zur Seite. Wo ist denn der andere jetzt wieder hin, Alter? Wie verhängst du da oben so komisch in der Luft? Ja, Trick 17. Oh, Gott. Achso. Einmal darf er einfach da vorne drauf. Hey, nicht wieder hoch. Ach, okay, du. Wo ist der andere hin? So, wieder hoch. Wie er immer abhaut. Ohne Grund. Ja, ich hab auch Panik. Ja, du. Ich muss Panik haben, Mann. Du hast mich zweimal angeschossen, aber richtig heftig. Es tut mir auch leid. Ich hab mich nur zweimal... Ja, ja, ja. Ja, es ist verschossen. Es tut dir leid. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Jetzt war er verschossen. Leider nicht den Kopf getroffen, ne? Ich bin wieder in der Cocktail-Bar. Wird hier ein paar Flaschen los. Ich warne dich, ne? Hm? Was gibt's denn? Du willst... Zerspiel spielen. Schade. Wieso gibt's hier keine... Wer lebt denn eigentlich noch alles? Lebt ihr beide noch? Normalerweise schon. Shit. Wo warst du? Ich hab mich hier oben in die Ecke gestellt, in der Nähe von diesem Spülraum da. Ich hätt hier einfach umrotzen sollen, ganz ehrlich. Alter. Er warst doch nicht Traitor. Nein! Da gibst du mir jetzt einen Schuss. Ja, aber ich bin sofort tot. Und ich hab dir zweimal mit der Schratze in den Rücken geschossen. Ja, im Rücken oder Kopf ist aber ein Unterschied. Ja, aber ich hatte noch 100 HP, Mann. Ja. Das ist ja nicht. Blöd. Irgendwie findet man am Anfang immer so Pistols und dann braucht man ewig was anderes zu finden. Ja. Mhm. Aber hier oben in dem Raum mit dem Spieltisch liegt eigentlich immer eine Shotgun. Mhm. Zumindest bisher. Hallo. Hallo. Ich hab ne Disco für dich. Konfront der Mann von ET Gaming. Er war ein Traitor. Okay. Dann wird das wahrscheinlich eine Fake-Lache sein. Ja, ja. Vor allem wenn er ein Traitor war, war das halt nicht so schlau. Wieso steht da Traitor dahinter? Ich weiß es nicht. Ich hab nur das vorgelesen, was da oben rechts stand. Achso. Sag du es mir. Ich weiß nichts von dem Spiel. Okay, dann wissen wir ja schon mal, wer es ist, denke ich mal. Jetzt ohne Spaß. Okay, die Leichticht macht keinen Sinn. Doch, die macht Sinn. Man kann normalerweise einstellen, was es sein. Was es machen soll. Du hättest, ähm... Ja, komm her. Komm her. Nein. Nein, ich muss nur nachladen. Nein. Ich war ja gerade im Menü. Wer das innocent einstellen kann. Ich könnte nur so eine Art Bombe dahin legen und dann... Es ist aber trotzdem irgendwie blöd, dass es einfach oben steht, einfach so ohne Zusammenhang. Normalerweise kommt das nur, wenn man eine Leiche untersucht. Ist das blöd. Das war eine sehr schnelle Runde. Ich bin der Uhrenmann. Ich habe eine Uhr an Magnetstängeln. Ja, ich... Ja, ich... Ja, wo bist denn du? Hey, da hinten, da war gerade jemand. Da vorne beim Keyboard... Da vorne beim Keyboard, ne, beim Klavier. Klavier. Hallo. Schau mal hier. Ich habe eine Uhr für dich. Ich habe eine Uhr für euch. Schaut eine Uhr. Eine Uhr. Ui. Lol. Alles klar. Und hier noch Munition. Hey. Ist auf jeden Fall sehr handlich, die kann man gut mit sich, äh, kann man gut, äh, kann man gut dabei haben, wenn man mal wohin geht. Genau. Also ich guck mal gerade auf meine Uhr. Hahaha. Du, willst du das aus deinem Rucksack zu machen? Wieso man hat sie doch an Magnetstängeln? Hey. Sorry. Da fängt der wieder an zu schießen, ey. Mach ich extra, ich wollte eigentlich mein, äh, Brecheisen nehmen. Ich glaube, das hat irgendwelche Komplexe in der Hand, so, irgendwo. Haha. Hallo. Ganz ruhig. Ja. Kann man die Stühle stapeln? Also die sind's. Oh, als wir schaden, die auch diese scheiß Stühle. Stirbstuhl. Stirb. Okay, das stirbt nicht. Oder vielleicht ist das schon tot. Sagen du ja nichts mehr. Psst, psst. Ich frag mich eigentlich, ob man hier irgendwas an dem Riesenbild machen kann, als Traitor. Sehr wahrscheinlich nicht, aber... Bei welchem Bild? Bei dem großen hier. Vor dir. Na. Glaube ich auch nicht eigentlich. Aber als Traitor will ich das jetzt ausprobieren, aber ich bin leider keiner. Haha. Tut mir leid. Musst du jemand anderen fragen? Sagst du jetzt. Auch bei dem Bild, ja. Moment. Moment, der probiert's aus. Wunderschön. Ja, als Traitor. Wer hat da was dran gemacht? Okay. Ja. Ich hab das Verfahren kurz drauf gemacht, das kann man nur als Traitor. Komm. Ja. Ja. Haha. Tut mir bitte. Hey, ich habe einen Koffer. Hier. Das Geld drinnen. Hahaha. Geldübergabe. Ja. Wenn ihr mich am Leben lasst, bekommt ihr diesen Koffer. Okay. Da ist ganz viel Geld drinnen. Gibt her. Ich will ihn. Ich auch. Da darfst mich aber nicht... Ihr dürft mich da nicht töten. Okay, holt ihn euch. Was war das denn? Das ist hier oben. Echt? Hahaha. Okay, das war jetzt... Scheiß. Weiß nicht. Ich bin extra runtergegangen. Ich weiß nicht so gut. Was machst du da? Eigentlich kann man die Dinger hier anheben und dann so rumschweben. Bitte. Ja, dann fliegt man so rum. Was? Achso, okay. Was kann man da? Achso, stimmt. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Hui. Kann man die Dinger auch in der Hand drehen? Was habt ihr in der Hand? Die Objekte. Ja, wo ist die hingeflogen? Hey, heb mal einen Stuhl hoch, das ist am lustigsten. Ey. Machen die eigentlich Schaden, wenn man die gegen jemanden wirft? Deutliche Sachen. Komm mal her. Kommt drauf an, wie groß. Ey, so leicht nicht. Warte, ich hätt das Klavier auf. Wo bist du denn? Ja, mach mal. Das ist, glaube ich, viel zu schwer. Kriegt mein Stick nicht hin. Hallo. Hallo. Der Stuhl ist auch zu schwer. Schwerer Stuhl. Wieso habe ich denn 100 Mal Schaden bekommen vom Stuhl? Ich kann ihn nicht aufnehmen. Oh, ich habe den Koffer gesichert. Ich hoffe, ihr habt den Inhalten nicht rausgenommen. Koffer. Das war's. Nein, nein! Nein! Ah, schade. Ich glaube, ich hab nur die Dusche angeschossen. Ich hab auch ungefähr dreimal gegen die Dusche geschossen. Oh, Mann. Oh, Gott. Slender hatten wir doch schon. Echt? Jetzt weißt du das Licht aus. Echt? Ja, ja. Also, ich geh nicht mehr. Na gut. Mit dem toten Pferd das runter lag. Ah, ja, okay, okay, klar. Ich lass mir viel zu viel Zeit bei meinen Trait da unten. Sollen wir jetzt die Folge beenden? Ja, würd ich sagen. Okay. Dann würd ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst da ein Like da und auch bei den anderen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Jew chúng Beetlefonklafenbenze. Took Gym President.